Ihr wundert euch sicher, warum erscheint denn jetzt hier ein Video? This is the end, hieß es vor drei Jahren, als ich mich dazu entschieden habe, bei Board Game Circus als Mitarbeiter anzufangen. Der eine oder die andere weiß, dass ich das nur im Nebenberuf gemacht habe und so stand ich Anfang des Jahres an einer Kreuzung. An einer Kreuzung, wo ich mich entscheiden musste, wie geht es eigentlich weiter. Und ich hätte natürlich auch den steinigen, den unwegsamen Weg durchs Dickicht in der Mitte nehmen können, der allerdings vielleicht auch zum Scheitern verurteilt gewesen wäre für mich. Und dementsprechend habe ich die schmerzvolle Entscheidung getroffen, bei Board Game Circus aufzuhören, gleichzeitig mir aber auch Gedanken gemacht, wie geht es eigentlich weiter, was machst du dann eigentlich? Möchtest du einfach nur noch Spieler sein, Konsument sozusagen oder möchtest du weiterhin aktiv Teil der Brettspielszene sein als Blogger? Und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, die Erfahrung, die ich in den letzten drei Jahren sammeln durfte und dafür bin ich unendlich dankbar, dass ich das machen konnte, denn so tiefe Einblicke in die Brettspielindustrie, wie ich es in den letzten drei Jahren bekommen habe, glaube ich, bekommt man nie wieder die Gelegenheit. Dementsprechend möchte ich euch teilhaben lassen an diesen Erfahrungen, die ich gesammelt habe und sie auch in den Blog einfließen lassen. Zunächst mal starte ich mit dem geschriebenen Blog, den habe ich auch unten direkt mal verlinkt. Da habe ich auch noch einen Artikel geschrieben, der ein bisschen ausführlicher ist und noch mal ein bisschen genauer erläutert, wie ich das Ganze mir vorstelle. Aber damit verbunden ist auch gleichzeitig ein Aufruf an euch, denn in den letzten drei Jahren hat sich unglaublich viel verändert. Begonnen habe ich bei Board Game Circus mitten in der Corona-Pandemie. Es ging gerade los Anfang Februar, Anfang März, dann kamen die Lockdowns. Es war große Unsicherheit überall. Wie geht es eigentlich weiter und wie soll es eigentlich weitergehen? Dementsprechend war es auch sehr spannend und aufregend natürlich. Wir haben 2020 die Spiel digital gestemmt, zu zweit, mit ganz viel Unterstützung natürlich der Supporterinnen und Supporter. Wir haben Anfang 2021 gezwungenermaßen den Brettspielkiosk aus der Taufe gehoben und so viel mehr noch gemacht. Wir haben viele tolle Spiele rausgebracht und es war eine unglaublich spannende Zeit. Aber es hat sich viel verändert seitdem in den drei Jahren, in denen ich kein Blogger war. Es kamen neue Kanäle dazu und andere wurden vielleicht unwichtiger. Ich zum Beispiel nutze Facebook fast gar nicht mehr. Dafür schaue ich mir durchaus öfter mal Dinge auf Instagram an oder nutze auch TikTok als Kanal. Dementsprechend würde mich mal interessieren, wie ist das bei euch? Wie hat sich euer Nutzungsverhalten für Brettspiele verändert? Ist es weiterhin YouTube? Ist es weiterhin der geschriebene Blog? Was ist mit Twitter? Was ist mit Instagram? Und was ist vor allem mit TikTok? Denn da finde ich die deutsche Brettspielszene kaum vertreten. Eure Meinung dazu, die würde mich jetzt mal interessieren. Also was nutzt ihr und welche Kanäle sind es denn, wo ihr euch über Brettspiele informiert? Schreibt das bitte gerne mal unten in die Kommentare rein. Und eine zweite Sache würde mich auch noch interessieren. Ich habe ja in der Vergangenheit relativ viele Dinge gemacht. Ich hatte einen YouTube-Kanal, ich hatte den geschriebenen Blog, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. War natürlich auch bei anderen Kanälen immer mal zu Gast. Also bei Julia und Stefan von Spiel doch mal zum Beispiel, aber auch in dem einen oder anderen Podcast. Und da würde mich auch interessieren, was ist es denn, was ihr gerne wieder sehen wollt? Sind es Unboxing-Videos oder sagt ihr, die Zeit ist eigentlich vorbei? Sind es Kurzeindrücke mit vielen verschiedenen Spielen oder sind es vielleicht die Solist-Videos, die ich auch gemacht habe, wo ich mir Spiele angeschaut hat unter dem Aspekt der Solospielbarkeit? Schreibt das auch bitte gerne unten in die Kommentare rein, denn mich würde mal interessieren, wie hat sich eure Nutzung der Kanäle denn verändert in den letzten drei Jahren? Was hat sich bei euch getan? Und vielleicht gewinne ich ja daraus Erkenntnisse, wie ich den Kanal anders und vielleicht sogar besser aufbauen kann. Ob ich eigene Videos mache, weiß ich noch nicht so genau. Ich habe tendenziell wieder Lust, Videos zu machen rund um das Thema Solospiele unter dem Label der Solist. Das finde ich auf jeden Fall nach wie vor spannend. Also packt alles, was ihr mir sagen wollt, unten rein. Ich bin natürlich ein bisschen traurig, dass ich die Entscheidung gegen Board Game Circus gefällt habe. Auf der anderen Seite freue ich mich jetzt auch auf das Thema Blog. Und ihr findet den Blog auf www.würfelmagier.de. Dort werde ich ab jetzt anfangen, wieder ein bisschen zu schreiben und so langsam wieder reinzukommen in das Thema. Ansonsten freue ich mich auf den Austausch mit euch und sag erst mal macht's gut und bis bald. Ciao!